Hallo und herzlich willkommen hier auf auf der Hofbrackenmann mit dem lieben Ron van Steeben Grüße! Hallo! Hallo! Und gegen Frau Brackenmann! Bei ihm gegen Frau Brackenmann? Auch nicht schlecht! Achso! Sagte Frau van Steeben. Ja, ne? Grüße! Hey Panger Männer! Ja! Ich bin jetzt auf dem Weg! Ja, verfahr ich bloß nicht! Ja, hier versuche ich! Oh oh! Ich schaue das Kolumpe nachher mal an, was du da praktiziert! Ja, ich auch! Ich auch! Sag's mir einfach Bescheid, wenn's so weit ist! Ja! Muss man auch ein bisschen auf dem Feld hier tun, ne? Ein paar Runden fahren! Ja! Ich mach deine Runden! Mach ich grad! Ich fahre schon seit Stunden! Immer deine Runden! Genau! Da war's dir auf'n Kanäufer bei! Auch auf der Zwei! Ähm! Ja! Ja! Wir müssen unsere Taktoren modernisieren! Heinrich! Wir brauchen die Tabletze und so drauf! Grüße! Grüße! Wo muss ich denn hin? Also ich hab Tabletze drauf, so wie's hier aussieht! Ah! Das ist schön! Er ist da jetzt links! Ja! Fahr ich rein! Gut! Ei, ei, ei! Geh aber ganz schön steil runter! Was wird dann auf? Oh nein! Glaub ich nicht! Nächster Unfall! Ja, er hat ja noch vorne dran zwei BigPack! Achso! So! Keine Sorge! Ja! Als Gewicht wahrscheinlich! Ja! Und als Nachschub! Ah! Wissen Sie! Weiß du brauchst da so viel! Ah! Weiß nicht! Weiß nicht! Lieber haben als nicht haben! Ah! Okay! Stimmt! Kann ja nie genug haben, ne? Nö! Hm! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl ich so! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl wahr! Wohl davor! Wie schön das ist hier mit 10 K Heat fällt es ja quasi im Knattern ne! Wohl halte Knattern! In der Hose anjadrat? In der Hose anjadr completed! In der Hose anjadrt der von Stäben! Also! Na dann! Herzlich Willkommen! Ma! Na! Knatter schon! Na! Soar! Soll ich was sagen? Na! Alles verstellt! Ah! Schlecht! danke! Ich versteh gar nicht warum. Haben sie vielleicht ein Software-Update machen lassen? Eigentlich nicht. Warten sie mal. Guck mal hier rein ins Menü. Haben sie heimlich gemacht. Was hat der Heinrich gemacht? Heinrich war aber immer auf dem Hof und hat das ganze Tag noch rumgespielt. Kann ich wetten. Kommt jetzt leider hin Heinrich. Herr Egon. Ich heimlich hier, ne? Ah, was denn dann, hä? Geh arbeiten. Au. Tag durchmulcher. So, ich bin jetzt alleine bis jetzt der Zeit des Hofes. Das hättest du gerne. Mein Bruder hat leider das Murchen gezeichnet. Au. Also wenn sie Dinger brauchen, dann kommen sie auf dem Feld. Ja. Dann gibt's den Heinrich. Okay. Hoffentlich gibt er auch eine gute Ernte ab. Weiß ich nicht. Und da wann? Soll ich was sagen? Ja. Dann kann man ja hier diese Hausbringmenge nicht ändern. Weiß ich nicht. Was ist das denn für ne Kacke? Was ist das denn für ne Kacke? Wollen sie doch wieder plüschbaren. Oder haben sie, haben sie schon Proben gezogen? Ich hab, hab ne Probe gezogen. Jetzt hab ich irgendwas gedrückt. Oh oh. Heidewitzka. Kam doch glatt nochmal das Intro rein. Ja, nicht schlimm. Finde ich dich am Anfang verpasst haben, ne? Ja. Guck mal nochmal das zu hier. Hilfe. Was passiert? Automatische Sehstärke, Saatstärke aktivieren. Saatstärke ändern mit Komma und Minus. Geht nicht. Egon. Ja? Ich glaube er ist langsam schwerhörig, so wie er brüllt. Ja, ich glaub ich auch. Obwohl, bei den Traktoren, ne? Ah ne, ich falle auch schon. Ja, ganz schön laut. Oh oh. Wollen sie mal kommen? Ne, nur nicht. Gleich. Oh, zwei Bahnen ziehen. Haben wir nicht da. Doch, vielleicht kriegen sie das ja hin. Oh. Der Heinrich wird zu schnell hinfahren mit dem Fan. Als Profi. Wissen sie? Wo ist denn der Heinrich jetzt schon wieder? Der hört schon wieder nicht zu. Wo soll ich denn sein? Der hat doch nur Angst. Ja. Hey, willst du mal schnell rüber fahren da? Bist du gleich fertig, dann fahr doch rüber. Ich brauche noch zwei Bahnen für drei Stunden. Äh, drei Stunden, zwei Bahnen hier. Nur ein sagenhaftem Tempo. Oh, 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 oh. Aber wissen Sie was? Ja. Das sagt das Ding doch tatsächlich gar nicht ansehen. Was ist denn da los bei Ihnen? Da ist August. Aber was wollen sie denn sehen? Der Weizen. Warten wir noch bis September. Dann müssen sie aber bis September warten. Ja, dann warte ich. Dann lasse ich die Maschine hier stehen. Raps können Sie schon mal ansehen. Ne, das brauche ich nicht. Danke. Aber vielleicht kommen Sie trotzdem mal vorbei. Da können Sie mal gucken hier. Ja, ich bin gleich da. Ja, lassen Sie mich nicht Zeit. Der Heinrich... Der Heinrich will jetzt eins an seine Runden drehen. Warum denn was? Da kannst du dann mal mit dem Steinsammler zurückkommen. Wir haben keinen Steinsammler. Ey, wir brauchen einen. Oh ja, da verstehe ich einen Steinsammler. Nö. Ja, hier kommen halbe Felsbrocken raus. Oh, das haben wir als Brocken hier. Das ist ja schon halbemieren Steine. Ja. Wir kriegen dann Steine, soll ich das? Äh, ja. Ja. Halt! Geht ihr mit meinem Tränke rein, ne? Nein! Geht ja gar nicht. So, ich bin auf meinem letzten Morgen. Ja. Bin ich noch nicht mal bei meiner ersten. Ja, Weizen halt, ne? Ja. Ist ja auch nur zu trinken da. Du, ein Zeug hier. Das stimmt schon. Alles kann sich ja gar nicht in der Lärmenschutz ausmachen. Ja, ich bin ja halt, ich bin da, ja, ja. Wissen Sie, wissen Sie, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, genau. Heinrich, Hexin tut er wahrscheinlich auch mit der Schere. Wie mit der Schere, ich dachte du sagst. Wehen war mit der Schere. Wehen war mit der Schere. Was war mit der Schere? Was war mit der Schere? Wehen. Ach so. Dann sind wir ja in zehn Jahren nicht fertig. Muss ich mal so sagen. So, ich fahr da mal schnell rum jetzt. Äh, 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 äh. Ja, nicht für zwei, zagen. Äh, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Gegenanfragen. Genau. Buch. So. Und fahr mal schnell. Dann fahr mal schnell. Dann fahr mal schneller her. Das ist auch nicht. Pass auf. Und wenn ich da bin, hat er nichts abgeschlossen. Hm. Ich glaube ich nicht. Äh. Kann man beim Weizen überhaupt gar nichts variablieren. Ja, weiß ich nicht. Waps geht auch nicht. Soja geht auch nicht. Soja geht auch nicht. Sogum geht auch nicht. Aber das muss doch gehen. Kann ich hier nix drücken, hier. Kann ich hier nix drücken, hier. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Spreiche angeschlossen? Ja, ne? Ja. Ja, das hab ich sogar gemacht. Jetzt werd ich hier von außen überholt. Wie langsam fährst du denn? Bitte. Nee, jetzt ist der Kucki hier nicht drin. Na gut, der Fett fährt ja auch bis 43. Ah, dafür ist die Kurbelage super. Nee, 42. Dann komm Rennen machen, wa? Rentnerinnen. Ja. Ich bin auf dem Weg. 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 So viel Maschine. Die Maschine kann nix so viel, ne? Weißt du, dass es dir die Hand haben tut? Ja, hab ich schon mal gehört, den Spruch. Ich bin gleich da. Ja. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal. Kommen Sie mal. Kommen wir bei der Tellerfahrt. Ja. Oh. Hier ist es auch noch. Ja. Oh, er ist gleich da. Warten Sie mal. Wollen wir mal gucken. Wollen Sie mal. Ja. Prototychischen Farming, ne? Steht hier drauf. Muss ich machen. Ja. Prototychischen Farming. Prototychischen Farming. Prototychischen Farming. Ö. Tatics quasi. Äht확in. Ähh. Her wartag nach auf den Verwendung des Wieences da? gemacht. So, gucken Sie mal, kommen Sie mal rein, steigen Sie mal ein. Vielleicht können Sie sich variabel ausbrücken, Menge ändern. Ja, ich kann es ja gar nicht einschalten über die Zähmaschine. Da hat es Weizen. Automatische Saatstecke aktivieren. Ist ja nicht automatisch, manuell. Manuell. Ja, ich will weniger Körner haben. Weniger Körner. Die Zähmaschine machen immer anheben. Ritter angehoben, oder nicht? Nee, ist nicht. Aber spielt keine Rolle normalerweise. Hab ich gelesen. Oh, oh, oh. Da wackelt ganz schön die Kabel, ne? Ja, ja, deswegen hab ich zwei Säcke gefunden. Ja, ich lese ja nicht mal was von manuell umschalten. Ja, ich lese ja nicht. Auf gleiche Saatstecke aktivieren. Nein. Die hat sich mir auch noch. Tja. Auf Komma und Punkt normalerweise. Können Sie doch was machen? Nö. Oh, ich hab was anderes angemessen. Da geht mir doch auch nichts. Heinrich, komm mal her. Ja. Ja. Ja, das ist eine Technik hier. Ich muss die LF-K-Zeit hier. Kann ich halt irgendwie. Leg auch nicht durch. Oh, oh, oh. Boah. Ja. Lenkrad eingestellt hier. Ja, bitteschön. Dankeschön. Aber ich hab mir Trotzbergs eingestellt. Ich weiß nicht, wie das geht. Heidrich ist ja mal für die Technik. Sagt er jetzt. Ich hab das Lenkrad mal eingestellt. Aber jetzt geht er eh nicht zu sehen, sagt er ja, ne? Ja. Aber. Hä? Die hat noch eine Anklemmung oder so. Oh ne. Da sind die Schläuche dran. Mal doch noch eine Frage. Ja. Wenn ich die X vor mir habe, was muss ich da machen? Draufklicken. Das geht nicht. Junge. Weiß ich nicht. Was ist das denn? Das geht nicht. Jetzt habe ich da der X da und kann drückst klicken. Noch mal auf der Tasse drücken, wo sie die X hergezaubert haben. Hä? Ja, dann kann ich aber ein Leckerad nicht reinklappen. Ah, soll ich mir jetzt rücklappen? Nee. Ich will schon klappen. Wissen Sie? Komm mal aus mit einem Aus drauf auf der X und einem Rechtsklick. In's sich. Nix geht. Was für eine Scheiße. Was hat denn hier? Da kommt doch schon keiner mit. Nein. Ich kriege nicht. Soll ich das mit einer Leer-Talbe machen? Geht auch nicht. Versuchen Sie mal. Geht nix. Kommen Sie mal rein, probieren Sie mal noch mal hier mit Lenkrad. Ja, wir haben jetzt die X. So, also ich klappe das weg, hat man da oben, ne? Ja, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich habe hier extra belegt bei mir. Ja, wie denn? Ja, und neben dem Y, da die komischen Pfeile. Ah, und welche Taste haben Sie da gemacht? Was lassen Sie mal rein, probieren Sie mal. Da würden Sie mir angezeigt zumindest, wer es darauf drückt. Dann gehen Sie mal raus hier. Ja, ach, so. Danke. 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 Ey, wo noch 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 noch? Nebel in den Zimmern hier. Die großen Falle da, aber das ist ein bisschen, das Schifftaste, weil es heißt. Ja, geht nix bei mir. Ich denke, die jenische Tastatur. Ja, war ja was. Gucken Sie mal, es sei denn, die Tastaturbeliebung. Ja, ja. So, wo wir mal kommen, hier. Ah, vielleicht. Ich komme mal hier. Ja, kommt, guck. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, haben Sie schon was gefunden? Nö. Ganz unten ist das ganz unten, sind drei Sie einfach in der Aktiebekontrolle. Ah, da habe ich es. Ja, ich habe sie auch auf. Und dann, ah, da ist das ein komisches Symbol mit den zwei Sekunden. Das größer, kleiner. Ja, was haben Sie da aktiviert? Nö, das ist die Anpassung, oder wie? Aha. Und der Rest ist doch da, also meine komische Maus hier, mit links. Wo haben Sie das stehen? Äh, bei Rheinland, also da unten. Also, so eine, und hier, ich gehe an, ausschalten. Ja. Und hier integrierte Vehikel, ist auch auf Maus links und integriert zu Fuß auch Maus links. Ah, warten Sie mal, ich probiere es mal. Ich probiere es mal, jetzt haben Sie recht. Ich probiere es mal, jetzt probiere es mal. Nein, nein, nein. Das Lenker, das klappt schon mal. Ja. Auch wenn die Hände nicht ganz gesund aussehen. Weil sie gebrochen. Ja. Dann muss ich ein bisschen warm. Oh. Ah. Gucken Sie. Mach der mir die Tür zu. Ja, komm her, kriegst du gleich wieder eins mit. Dein Spurreißer. Hey. Ah, ich bleib mal da stehen. Oh. Mittagspause. Bis zum August. Äh, bis zum September. Wieso, das so lange? Oh. Oh. Ihr Lieben. Ah, die Folge ist eigentlich schon langs vorbei. Die Sondersendung. Die Sondersendung. Die Sondersendung. Simpler ist die für Fortgeschritte. Ihr Lieben. Unprozession Farmen. Unprozession Farmen. Und, äh, ich... Ihr Lieben, wir sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie mal wieder rein. Äh, und tschüss. Tschüss, tschau. Tschüss. So. Haben wir die Karre zugemacht. Tschüss. incidents치 тут. Tschüss. Tschüss. Hole.